Hallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder zu einem EKG-Quickie, wieder mit dem tollen Klaus. Ich freue mich sehr, denn ich weiß noch gar nicht, was uns heute erwartet. Ich bin auf spektakuläres gespannt. Lieber Klaus, ich würde sagen, los geht's. Gerne. Heute habe ich nur was Kleines dabei, nämlich einen kleinen Trick. Auf Englisch heißt es Lead One Alert sein. Also Augen auf mit Ableitung 1, da stimmt was nicht. Und hier habe ich schon das erste EKG für euch. Und ihr seht da, dass das irgendwie 1 in Ableitung 1 ist, alles negativ. Ist die P-Welle negativ, der QRS-Komplex insgesamt negativ und die T-Welle negativ. Und daraus resultiert dann auch ein ganz atypischer Lagetyp. AVR ist positiv. Also insgesamt ist es ein extrem atypischer Lagetyp. Und das hat man am häufigsten, wenn das EKG verpolt ist. Und zwar wenn man einfach rechts und links, rechter, linker Arm, rot und gelb verwechselt hat. Dann schaut das EKG so aus. Und wenn man diesen Tipp beachtet, dann merkt man es gleich beim Schreiben oder beim Befunden und macht sich nicht unwahrscheinlich viel die Gedanke, woher jetzt dieser komische Lagetyp kommen könnte. Wenn man es dann richtig schreibt, schaut dieses EKG nämlich völlig normal aus. Und es ist ein ganz normaler Indifferenztyp. Die Differenzialdiagnose, das ist jetzt wieder ein bisschen was Nerdiges, wo das stimmen könnte, dieser komische Lagetyp, ist, wenn das Herz nämlich andersrum ist. Also bei der Dexokardie, einem inkompletten oder kompletten Situs-Inversus, da ist es auch so, dass das EKG so ausschaut. Habe ich euch auch mitgebracht. Die P-Welle kann ich euch nicht zeigen, weil es ist Vorhofflimmern. Und ihr seht da eben auch, dass der QS-Komplex überwiegend negativ ist in 1 und eben die T-Welle auch. Und dadurch ist es auch ein ganz komischer Lagetyp. Und da können wir jetzt auch mal einen Blick auf die Brustwandableitungen werfen. Und das ist jetzt also ein normal geschriebenes EKG, wo der Patient vielleicht nicht gesagt hat, dass ein Situs-Inversus hat. Und das schaut ihr euch das jetzt mal an, wie das ausschaut mit diesem Rechtschenkelblock und wie das über der Vorderwand ausschaut. Und dann haben wir das EKG nochmal richtig geschrieben. Das heißt, wir haben alles spiegelbildlich verkehrt. Sowohl die Brustwandableitungen, die haben wir dann so rüber geschrieben, und eben vor allem auch die Extremitätenableitungen vertauscht. Füße auch, wobei das jetzt keinen so großen Unterschied macht, rechter und linker Fuß, weil der Vektor sehr ähnlich ist. Und da sah das EKG dann auf einmal so aus mit einem plausiblen Lagetyp hier jetzt und einem Rechtschenkelblock mit einer guten R-Progression über der Vorderwand. So schaut das plausibel aus. Und schaut euch hier nochmal das vorne an. Da war im Prinzip gar keine R-Progression mehr da. So ist das Situs-Inversus-EKG richtig geschrieben. Ja, das wäre schon ein echter EKG-Quickie mit einem hoffentlich für euch alle sehr nützlichen Tipp. Wie immer teilen und liken und alle Fragen an uns und die gehen natürlich wieder postwendet an den Klaus. Und wir freuen uns auf alle Feedbacks und EKGs natürlich. Ciao. Tschüss. Tschüss.